Yo, yo, was geht? Hier ist euer Max und herzlich willkommen zum heutigen Video. Leider bin ich ganz alleine und vollkommen alleine. Lutz! Wir sind in einer Ferienwohnung und unsere Vermieter haben gesagt, dass wir bitte keinen Besuch mitbringen sollen, geschweige denn laut sein sollen. Zeilregeln gebrochen. Auf jeden Fall war ich heute in einem Spielwarengeschäft und ich habe einfach das hier gefunden, Leute. Es ist ein WC-Basketball-Set. Ihr seht schon, wohin das heute alles geht. Also, WC-Basketball-Set. Und ja, wir werden es zwar nicht auf dem WC spielen, sondern an diesem Bilderrahmen hier aufhängen. Dieser Bilderrahmen ist dein Einsatz. Wir werden es an diesem Bilderrahmen aufhängen. Sebastian Film gerade war. An diesem Bilderrahmen da oben. Sorry, Leute, ich habe gerade gepennt. Genau, Leute, da werden wir das Ganze aufhängen und ich würde sagen, wir packen es mal aus. Das hier ist der Korb, dazu haben wir drei Bälle. Hängt es auch einfach auf jetzt. Ich würde sagen, wir machen sechs Würfe jeweils und der Verlierer muss dem Gewinner ein Eis ausgeben. Ich habe nichts zu viel Geld mehr. Alter, Junge, ich bin noch Laktorenzentral dran. Aber wenn Laktoren nicht so langan ist, hat man wenig Geld. Dass das Zimmer so unordentlich ist, ist Sebastians Schuld. Alles klar. Oh, das fühlt uns wichtig. Jetzt bin ich hier. Also, ich erkläre das du gerade. Also, ich habe das hier gerade angebracht und wir machen es dann einfach so. Easy, easy gain. Sebastian. Sorry, mach mal vorne mit. Der wird zwar einfach zu gut gerade. Der Witz. Darf ich einen Probewurf? Okay, ja. Mach nur mal einen Probewurf. Wir haben drei Würfe. Alter, ist das schwer. Das ist richtig schwer. Okay. Ich würde sagen, wir werfen einfach von hier. So, Leute. Und wer fängt an? Ich, du. Er, sie, es. Du hast es schnicken. Schere. Ich fang an. Und? Das ist ziemlich unaufgeräumt. Übrigens, das habe ich gerade schon gesagt. Ach, als denn. Als denn. Eins. Oh, sorry. Alter. Jetzt machst du erst mal noch drei, dann ich drei und dann du wieder drei, ne? Nein, Werfe. Genau. Okay, Luca hat einen insgesamt. Was ist hier los? Das ist Chris. Der kommt einfach mal ab und zu rein. Okay, Leute. Luca. Wer noch zehn wird wohl. Hier stand Kamera. Luca hat jetzt seine ersten drei, wie für jetzt bin ich dran mit meinen ersten dreien. Fütte, san, solte, zahme, 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 zahme. Boah. Zat, zahme, 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 zahme. Nein, 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 nein. Ich sehe es schon, ich sehe es schon kommen. Ich werde das Bild einfach runter. Das ist halt funny. Das war die Mona Lisa. Schüsse, was warst du davon? Ja, okay. Okay, schlecht. Ähm. Ja, beide nichts drauf. Sebastian, wir sind hier am Werfen. Ich werde nochmal. Du bist der schlichte Kameramann, der Fleeber. Okay, das stimmt. Okay. Okay. Oh, als wenn, Junge. Kannst du kurz mich filmen? Klar. Mart, soll ich die auch kurz filmen, oder? Nee, mich nicht. Hey Mart, ich habe gerade deinen Film. Ich nicht. Okay, das ist wirklich einfach nur Luca und von Max von einfach so Bandart aus dem Nichts. So Leute. Ey, was ist das denn die Kamera? Das ist so, ne? Du hätt' ich je gesehen. So. Pst, pst, pst. Ich kann jonglieren. Schaut. I did it. For the cypress. YouTuber jongliert. YouTuber jongliert. Geldsäcke. 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 Geldsäcke? 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 Okay, sehr gut. Ähm, nächster Versuch. Oh, komm schon. Komm, komm, komm. Oh, komm schon. Hat überhaupt schon einer getroffen, war ich? Okay, ja. Der im Anfang. Oh, komm schon. Oh, komm schon. Oh, komm schon. Du wirfst doch von da. Ich wirfst doch von hier. Ja, ja, ich wirfst von hier. Ja, ja, ich wirfst von hier. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Nein! Das ist so fucking schwierig. Du hast verloren, oder? Nein. Nein, nein. Ich hab doch gesagt. Lutz, ich hab deine neue Stoße drauf. Film nochmal, wie ich das mache. Folg mal, wie ich das mache. Folg mal, wie ich das mache. Folg mal, wie ich das mache. Alter, es fehlen. Äh, es fehlen noch. Ne, du hast einen. Okay. Okay. Wisst du, was ich jetzt vorher sage? Hochachtung. Hochachtung. Oh, ich hab das gesagt. Alter. Okay. Oh, okay. 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 Oh, nein. Junge, ich will die Aufnahme später sehen. Das ist so. Mit einem kurzen Wegkorn. Okay, Leute. Ich... Das ist so. 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 Gib mal einen. Aber wer? Ich hab mich drauf. Alter Schwede. Ich lebe euch an. Ja, Seppel. Film mal kurz hier. Lass auf mich. Leider nicht auf den. Okay, Max. Das ist erstmal ohne Spaß. Leute, es ist ultra komisch, dieses Video gerade. Wir treffen einfach nichts. Alles ist komplett Chaos. Hier ist eine Spinne. Irgendwo. Alles ist komplett Chaos. Das war mein Band. Der Max ist halt so aggressiv jetzt gerade. Alles ist komplett Chaos. Und das ist jetzt meine letzte Chance aufzuholen. Kamera. Wenn ich einen Trickshot mache. Das ist ein Trickshot. Ich zeig dir, was ein Trickshot ist. Alter. Alter, willst du mich komplett... Warte, warte, warte. Den hab ich nicht drauf. Warte mal kurz. Ich hätt's damit zugetragen, dass es ihm egal gewesen wäre. Komm, 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 komm. Okay, ich mach gleich erstmal richtig. Von hier hinten. Das zählt auch schon dreifach. Jetzt macht mir wieder ein Video mit Matt. Ich geh'n. Sorry, ich geh'n. Ich geh'n. Schaut, wie ich geh'n. Schaut euch alles um dich. Oh, ihr fangt ja noch. Schaut euch, komm zu mir. Thank you. Thank you. Zwar sind mal nachverkammerung. Jetzt ist's auch gut. Hab' ich gewonnen? Der Filmlude. Der Filmlude. Sch 나타났. Der Junge ist so fertig auf dem live. Kommt das Video heute? Was, was tun die dir? I have one last throw. Du hattest schon alle drei weg. Der einer war gegen den Kopf. Bestimmt. Den hab ich annulliert. Wenn ich jetzt treffe, ist unentschieden. Junge von wie nach? Wir haben vorhin davor geworfen. Aufzuschieben, ganz ehrlich. Alter, film kurz mich, wie ich darauf reagiere. Okay, was ist das? Du machst einen Scheiß. Du bist zufrieden in diesen Drecksball. Nein, danke. Okay, ich mach diesen Drecksball. Du noch den Drecksball drauf, okay. Und? Ich trink, nein. Ich krieg ein Ei vom Ab. Film los. Ich krieg ein Ei vom Ab. Was hat hier gerade so gekracht? Hast du das Ding gerade abgeschlagen? Hast du ein Glas, ein Spil, das hast du geschnallt? Alter, als wenn du das kaputt gemacht hast, Mann. Kommt her, kommt her, kommt her. Kommt her, komm her. Du hast es kaputt gemacht, komm, komm her. Komm her, komm her. Komm her, komm her. Da kann ich nicht mehr verstehen. Familie wirft YouTuber raus. Guck mal, das ist übel kaputt gegangen, Mann. Guck mal, das eine ist abgebrochen. Alter Scheiß. Das ist ein Satz. Vier Minuten. Schnell. Was ist das? Scheiße, geht schief. Bruder, geht schief. Scheiße, geht schief, Leute. Scheiße, geht schief, Leute. Guck mal, wir hatten nur das vorher. Ich zeig euch, wie es vorher war. Ich zeig euch jetzt, wie es vorher war. Nein, das können wir nicht sagen. So ist gut. Letzter Wurf. Wie ist denn du meine? Kannst du mich über die kaprieren? Nein, das ist gut. Nein, das ist gut. Letzter Wurf. Letzter Wurf. Letzter Wurf. Oh, der Nett. Oh, mein, nein, jetzt Lutz. Shut up. Jaaaaaa. Was? Was? Was ist das los? Wir evakuieren den Raum. Okay, Leute, das ist jetzt einen Tag später. Aber Luca bekommt jetzt sein Eis. Äh, ja. Okay, Lutz. Welches Eis willst du? Es gibt. So, also ein mittleres Vanillezimt, bitte. Tschüss. Luca. Übergebe, du feierlich dein Eis. Iss es. Iss es. Iss es. Okay, Leute, das war's vom heutigen Video. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.